Musik Hi und herzlich willkommen zur zweiten Edition unserer neuen Webcast-Reihe Inside Innovation. Die neue Webcast-Reihe haben wir hauptsächlich mit einem Grund oder mit einem Hauptgrund gestartet und zwar weil wir mit unseren Partnern gerne im Detail über ihre aktuellen Innovationsprojekte sprechen wollen. Schnelle Innovation oder strategische Innovation? Strategische Innovation. Homeoffice oder lieber Büro? Beides. Also die Ursprungsidee war ja immer noch, dass wir das als physisches Programm machen und dann kam Covid und alles war anders und deswegen haben wir das ja als komplett virtuelles Format aufgesetzt und dass das so gut funktioniert hat, das fand ich super. Ja, vor einigen Wochen haben wir mit der DZ Bank gestartet und haben mit Dirk Elsner über ihr Innovation Lab gesprochen und heute haben wir Kamela Holtkrewe, Head of Digital Office von der Bundesbank hier bei uns zu Gast und wir freuen uns sehr, heute etwas tiefer in die Innovationsprojekte zu schauen und auch über Herausforderungen und Best Practices zu sprechen, wie man erfolgreich mit Start-ups zusammenarbeiten kann. – Gerne – Her